Diakonische Kraftorte, spirituelle Tankstellen der Diakonie in Essen, natürlich gehören Kirchen dazu. Heute sind wir in der Marktkirche, mittendrin in der Innenstadt, die erste reformatorische Kirche in Essen und neben mir steht Jan Vikari, Citykirchenpfarrer. Was macht die Marktkirche zu einem diakonischen Kraftort? Und da denke ich ganz besonders an unseren vergangenen Winter zurück. Der warme Winter hatten wir ausgerufen, viele Menschen hatten es kalt zu Hause in der Wohnung und hier gab es eine lange Tafel. Menschen haben jeden Dienstag hier warme Suppe, heiße Getränke bekommen und haben, glaube ich, vor allem bemerkt, dass sie auch warmherzig und mit warmen Gesprächen bedient und empfangen werden und haben sich zum Teil viele Stunden hier aufgehalten. Und unser großes Team, das war zu Recht stolz darauf, hier mitten in so einem Ort, der sonst vor allem mit Gottesdienst verbunden wird, nochmal auf so eine andere Weise zu merken, wie gut das tut, Gemeinschaft gegen Einsamkeit, gegen die Kälte zu erleben. Und ansonsten ist hier jetzt seit die Sonne wieder so gut scheint, regelmäßig unsere Seelsorgebank draußen. Menschen erfahren auch da ein offenes Ohr draußen vor der Kirche, müssen gar nicht dafür reinkommen. Ich bin froh über jede Situation, wo Menschen merken, ihnen wird an Leib und Seele hier geholfen. Danke.